Dies ist ein kurzes Review des Lego City Sets 60414, Feuerwehrstation mit Feuerwehrauto. Wie man den Buchreiz entnehmen kann, gibt es ein grosses Feuerwehrauto. Es gibt auch einen austauschenbaren Hektar, wo man die Leiter und den Feuerlöscher austauschen kann. Eine Drohne, ein kleines Feuerchen zum Überlöschen, dann im nächsten Buchrett ist die linke Seite der Station gebaut, im nächsten die rechte und im letzten dann die obere Seite, also der obere Teil und die Drohnenplattform. Es gibt sehr viele Minifiguren. Und so sieht die Station aus. Fangen wir gleich mit dem Feuerwehrauto an. Dieses hat eben diese Leiter, die man auch austauschen kann, mit dem anderen Teil, welches in der Station 2 steht. Kann man einfach hier einklacken und dann funktioniert das. Auf der Seite hat das Haltergriffe, damit sich die Feuerwehrmengen festhalten können. Und kleine Fächer, wo man was reinmachen kann. Das Fahrerdach kann man abnehmen. Hier sieht man die Fahrerin. Oben ist auf der Leiter der Drohnenpilot mit der Drohnensteuerung. Die Drohne ist bei der Station auf dem Dach. Auf einer Plattform, die sich um 360 Grad drehen lässt. Und eben, man hat diese zwei Türen, die man nach oben schieben kann und dann bleiben die offen. Das ist auch angeschrieben. Großes Fahrzeug, kleines Fahrzeug. Hinten hat es noch Halterungen für, jetzt im Lego Fall, die Haare oder die Helme. Eine Axt, das Wasser für den Feuerwehrhund. Oben gibt es Lichter, die unten scheinen. Eine Satellitenschüssel, eine Alarmleuchte. Und das Kohle ist auch eine funktionierende Rutsche. Genau. Und auf der Hintenseite, das ist das Büro, wo die Anrufe eingehen, wenn etwas ist. Besetzt von dieser Frau, die da gerade hier ein Hotdog ist. Dann gibt es noch eine Kaffeemaschine, ein kleines Bett. Und ja, mein Sohn hat das zusammengebaut, über drei Mittage. Also circa drei Stunden, ohne viele Fragen zu stellen. Er hat Freude, das zu bauen und er hat Freude, das zu bespielen. Ich denke, das ist ein cooles Set. Und ich würde das empfehlen, wenn jemand gerne Feuerwehr hat und Lego spielt, könnte es sich lohnen. Offiziell ist das ab 6 plus. Mein Sohn ist 4. Also, ihr könnt selber entscheiden. So, danke fürs Schauen und vielleicht bis nächstes Mal. Ciao. 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 Ciao.